Fangen wir mal hier an. 1 und 2. 2 und 6. Wo mache ich das am besten? Hier. 4 und 0. Dann brauche ich eine 3 und 0. Die kann ich hier machen. Dann funktioniert aber meine 3 und 3 nicht mehr. Das heißt, ich muss das hier machen. Ja. 0 und 2. Kann ich hier tun. 1 und 6. Wäre hier möglich. 4 und 5. 2 und 3. Und da wird schon wieder knapp. 2 und 3. 6 und 2 muss ich dann hier machen. 1 und 4 ist möglich. So, die 6 und die 3. 5 und 3. Dann die 6 und 0. 4 und 3. Jetzt brauche ich aber noch die 5 und die 3. 5 und 3. 5 und 3. Das geht nicht. Da brauche ich die 3 und 0. 4 und 5. Hier muss die 3 und 3 rein. Das könnte eine Weile dauern, bis wir das hier gelöst haben. Die 6 und 4. 5 und 5. Die 5 und 5. Die 3 und 1. Dann brauchen wir noch den kompletten Nullerstein. Das ist ein bisschen verzwickt. Am besten. Ich fange mit denen an. Die sich gegenüberliegen und doppelt sind. Das heißt hier die 3 und die 3. Jetzt brauchen wir noch doppelt. Die 6 und 6. Wäre hier möglich. Wäre nur hier möglich. Und die 5 und die 5. Kann bloß hier sein. Also muss 6 und 4 schon mal sicher sein. So. 2 und 2 kann ich hier machen. Irgendwo 2. Oder hier. Das hilft mir nicht weiter. Was habe ich denn am wenigsten? Einsen. Habe ich eine Doppel-1? Die habe ich glaube ich schon gelegt. 1, 0 wäre hier möglich. Oder hier. 1, 3 geht hier nicht. 1, 3 geht hier auch nicht. Hier nicht. Hier nicht. Hier oder hier. 2, 3 geht hier mit der 5. Geht aber auch hier mit der 5. Nicht immer so alles verkompliziert wäre. Dann haben wir 2 und 1. 2, 3 geht hier mit der 5. 4 und 2. 4 und 2. 4 und 2. 0, 2. Die 0, 5. Die 0, 5. Die 0, 5. 2, 3 geht hier mit der 5. Das muss das hier sein. Wobei kann ich. Die Doppel-1er gehen bloß da. Die Doppel-2 wäre jetzt hier möglich. Nur noch hier möglich. 1 und 5 geht hier. 1 und 5 geht hier. Geht aber auch hier unten. 6 und 3. 3 und 0. 4 und 1. 4 und 0. Haben wir noch 5 und 6 offen? Ja. Die Doppel-0. Die 1-0. Dann sind wir noch mit 6. Die 6-2. Und die 6-1. Die geht aber nicht mehr. So, das hier hin. Das da hin. 4 und 0. Doppel-0. 4 und 0. 4 und 0. 4 und 5. 2 und 3 kriege ich noch hin. 6 und 0. 4 und 3. 1 und 0. 4 und 4. Hm. Das heißt, ich brauche jetzt eine 6 und eine 1. 5, 3. 3, 6 und 5, 1. Passt doch. Ging ja relativ zügig. Was für ein beunruhigendes altes Foto. Der Schein des Leichtturmen beleuchtet den Sturm. Viele kennen das hier noch. Vor allem dieser schöne Kartoffelsack. Wäscheklammer, Maus und Popcorn. Ich glaube, ich habe schon wieder zu lang gewimmelt. Ich finde nichts mehr. Wäscheklammer. Popcorn. Das ist noch eine Maus. Da ist sie doch. Eichelkugelschreiber und eine Dartscheibe. Kugelschreiber. Eine Eichel. Hm. Eine Dartscheibe? Nein. Muss ja hier irgendwo sein. Da ist die Dartscheibe. Eine Eichel. Eichel, Eichel, Eichel. Da. Ohne Blätter und Pümpel. Da sind die Blätter. Ein Pümpel. Aber wo steht die Uhr, ne? Da. Schirmkamm und verziertes Herz. Ein Schirm. Da ist hier irgendwo noch ein Kamm dabei. Und ein verziertes Herz da. So, wo ist der Kamm? Da ist er doch. Ja, mein Herz erhalten. Ach, ich weiß schon. Es gibt jetzt zwar einen langen Rückweg, aber... muss sein. Jetzt haben wir denn noch einen Schlüssel. Und zwar auch immer der Ersatzschlüssel gut ist. Nein. Nicht. Ich hätte schwören können. War da noch was? Da war, glaube ich, nichts mehr. Könnte ich denn ein Herz einfügen? Da habe ich mich wohl geirrt. Ich dachte, das Herz muss da eingefügt werden. Ja, man kann ja nicht immer recht haben. So, probieren wir mal, ob der Ersatzschlüssel vielleicht hier reinpasst. Scheint so. Wer kommt da hier rein? Ich habe niemanden eingeladen. Du bist die Ratte. Du hast meinen Vati wahnsinnig gemacht. Er lebt immer noch. Freust du dich nicht darüber? Ja? Und ich weiß, was mit Leuten mit dir geschehen soll. Hahaha. Auch egal. Er wird bald zurückkommen. So, so. Leider nichts nützliches. Ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige, der hier gefangen gehalten wurde. Schloss. Eine Falltür im Boden ist mit einem verzierten Vorhängeschloss gesichert. Dann wimmeln wir doch mal. Teekanne, Dameblatt und Tote Fliegel. Tote Fliegel. Tote Fliegel. Und du hast das blöde Berett. Tote Fliegel. 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 Tote Fliegel.